hallo und herzlich willkommen zu skywies minecraft survival von 322 glaube ich so und was ich noch machen wollte ist eine anzeige wiev was hier der ding ist jetzt weiss nicht wo man die machen will vielleicht 3 4 5 6 7 8 das wird das reise ding und 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 Ich bin der Körner. Ich bin der Körner. zum 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 zu Zwei. 1,12. Äh. Hä? Nö. Ähm. Oben. Nein, das ist eben unten. Unter A. Oben A. Der links. Der oben aus. Und äh. So. Nein. Und dort noch. Ah. Jetzt ist es gut. 322. Tipptopp. Also. Anzeige. Feu Level. Natürlich mit Redstone. Und. Zum Glück habe ich es jetzt letztes Mal versorgt. Wenn wir es wieder rausnehmen können. Repeater. Braucht man sicher 5. Vielleicht noch etwas mehr. Da reicht wahrscheinlich einer. Fackle. Redstone. Und noch etwas mehr Redstone. So. Was brauchen wir denn noch so? Lampen. Lampen. Wie macht man Redstone? Lampen. Red. Das. Mit Glowstone. Mit Glowstone. Ach so. Glowstone.... Ok. Glowstone. Glowstone Okay, Glowstone Okay Ich glaube, ich bekomme jetzt Glowstone Ich glaube, ich bekomme jetzt die Möglichkeit Glowstone Okay Ich brauche eine Feuerresistenz-Zeugs, hier Hier, hier, hier Der ist immer hilfreich Dann noch einen gescheiten Pfeilbogen Ich bleibe auch verteilen Zoom, Zoom Nicht Zoom Zoom Ah, der hat er gerade gehabt Das habe ich angefangen habe, mich in einem kleinen Nächsten Neugierbogen Das sind heute Die Die Anfänger Die Die Okay, das müsst ihr lernen. So. Blümeli. So. Hier für den Nether braucht man einen gescheiden Pfehlbogen. Ich habe gerne einen mit Unhandlichkeit. Ein Friedring. Was haben wir da unten? Was heißt das? Infinity. Okay, nehmen wir einfach an, wir brauchen ihn nicht so viel. Dann nehmen wir hierher noch einen. Nicht. Mache ich den hierher. Ich habe den extra rausgenommen. Glück. Ja, ich glaube das könnte man brauchen. Ich glaube da gibt es mehr Glowstone. Bin ich ganz sicher. Nehmen wir zwei Stackkarten. Einfach sogar noch etwas mehr. Um aufzubauen. Hier haben wir noch etwas Glowstone. Und Redstone. Um. Um, um. 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 Ich habe doch sonst keine allgemeine Riste mehr. Hier und hier. Habe ich die Beise eigentlich noch rein? Na ja egal. Moment. Ich kann es auch noch reinbringen. Wir gehen mal rein. Ah ja, der sieht nicht so schlecht aus, was er hat. Ok, noch reparieren. Die Frage ist, wenn wir ihn jetzt noch verzaubern, mit 2-3 Punkten könnte man das fast machen. Mal schauen, was das so geht. Warte, jetzt ist er geschlafen. Äh, machen wir gleich den Verzaugern. Da wäre sogar noch etwas Rüstung. Schuhe. Home. Äh, was hat das schon drauf? Power 3. Punch Flame Unbreaking. Power 4. Okay, ja. Mal gucken, was das geht. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Das war's. 29 21 21 4 4 viel haben wir ein paar vielleicht nochmal Geschwindigkeit zu drängen so man braucht den v.a. oder eigentlich ausschliessen low stone was brauchen wir noch? schufle schufle hammer picku axt warte das ist ja speziell nein da ist es speziell jetzt sie anwächst essen vielleicht noch fackeln mal okay during oh Schuuuua! Warte, sag mal, das ist jetzt leicht. Gloustone. Oh, es ist ein Moment, am ich da? Man kann die Sichtweite ein wenig aufstellen. Man kann die Klootestöne aufbauen. Der ist noch einiges. Der ist auch. R.O.V.A. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, wir nehmen mal den da zuerst. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir brauchen so einen, so einen und so einen ganzen Haufen und so einen ganzen Haufen. So, mit drei Druck stehe ich hier unten. So, hier rein. Gut, wir schauen was wir so bauen können. Moment. Während wir buchen können wir natürlich die Maschine laufen lassen. Wir müssen testen. Lassen wir sie nicht laufen lassen. Ja. So, so. Wieso ist sie schon bewohnt? Das sieht man hier auch nicht wirklich. Ich glaube, die leben hier. Der Enderman. In der Höhle hin. So, die Frage ist jetzt, wo wir sie aufstellen. Da können wir mal ein Zwischenlager. Jetzt haben wir glaube ich 15. wo stehen wir die Höhle. Von hier nach links. Oder von links nach hier. Vielleicht hier vorne dran. Ab. Hier. 1 1 2 2 3 5 6 7 8 6 6 7 8 9 $25-&- $25-&- $25-$&£ Neu. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 das ist. Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter und tschüss zusammen.